Deutschland hat Gesprächsbedarf, Impfgipfel, Koalitionsgipfel. Gefühlt haben wir hier momentan mehr Gipfel als eine Tafel Toblerone. Die spannende Frage ist natürlich, kommt denn auch was dabei rum? Wissen wir jetzt, warum es bei der Impferei hapert? Wie Unternehmen durch den Lockdown kommen sollen? Wovon Hartz-IV-Empfänger leben sollen? Und warum Jens Spahn momentan immer guckt, als hätte ihm einer ein Pupskissen auf den Stuhl gelegt? Die Antworten jetzt! Es ist ja so, zu sagen, dass die Impfkampagne in Deutschland ein bisschen holprig anläuft, ist so in etwa, wie wenn man sagen würde, dass die Jungfernfahrt der Titanic nicht alle Erwartungen erfüllen konnte. Es rumpelt und hakt und kantert an allen Ecken und Enden. Eigentlich ein Fall für den Bundesgesundheitsminister. Jens Spahn ist aber leider momentan ganztags damit beschäftigt, sich selbst aus der Schusslinie zu ziehen und kontert kritische Nachfragen momentan konsequent mit einem... Da! Ein Vogel! Ja, so eine mittelmäßig angelaufene Massenimpfung macht sich einfach nicht so gut im Lebenslauf des Kanzlerkandidaten der Herzen. Also seines Herzens. Beim Impfgipfel am Montag zeigte sich Jens Spahn deshalb auch ein bisschen dünnhäutig, so dünnhäutig sogar, dass Angela Merkel ihn irgendwann mit den Worten zurecht wies, Jens, jetzt bitte keine Emotionen. Jetzt bitte keine Emotionen. Im Gegensatz zu all den anderen zahlreichen Situationen, bei denen Angela Merkel ein großer Fan von Emotionen ist. Bei der Pressekonferenz haben dann Angela Merkel, Michael Müller und Markus Söder das Heft in die Hand genommen. Und was die drei da präsentiert haben, kann man eigentlich ganz gut mit Artikel 1 des kölschen Grundgesetzes zusammenfassen. Et is, wie et is. Irgendwie ist offensichtlich niemand schuld am Mangel an Impfstoff. Klar, man könnte jetzt irgendwie auf die EU-Kommission schimpfen oder auf die Impfstoffhersteller, aber das hat doch alles gar keinen Sinn. Am Ende veröffentlichen die noch irgendwelche Verträge und dann tauchen da irgendwelche Fehler auf und der Jens hat doch sowieso schon so schlechte Laune. Außerdem gibt es ja jetzt auch noch einen Plan. Ja, Merkel und Co. haben einen sogenannten Impfplan angekündigt, der ganz genau festlegt, wann die nicht vorhandenen Vakzine wohin genau nicht geliefert werden. Yay! Aber es wird ja auch besser. Spätestens im zweiten Quartal soll genügend Impfstoff vorhanden sein. Und bis dahin müssen wir halt alle einfach noch ein bisschen in unsere Mitte atmen. Ja, ich meine, halb Deutschland pulvert jeden Monat Geld in irgendwelche Achtsamkeits-Apps. Da kann man das Gelernte doch jetzt auch einfach mal anwenden. Einfach mal hinsetzen, das Hier und Jetzt akzeptieren und das Mantra von Guru Angela wiederholen. Impfangebot. Zweites Highlight der Woche, der Koalitionsgipfel, bei dem Armin Laschet seinen Einstand als CDU-Chef gefeiert hat und nach allem, was man hört, einen sehr guten Eindruck dabei gemacht hat. Gut, ich meine, der Laschet, der hätte wahrscheinlich bei dieser Konferenz auch mit dem Bierdosenhut auftauchen, auf den Konferenztisch schreiern und Ola Paloma Blanca furzen können. Und trotzdem wären alle einfach froh gewesen, dass da nicht Friedrich Merz sitzt. Irgendwie waren nach diesem Gipfel alle zufrieden mit den Ergebnissen. Unternehmen bekommen mehr Geld, die Kulturbranche auch und Hartz-IV-Empfänger kriegen 150 Euro. Einmalig. Ja, das ist natürlich lächerlich wenig. Andererseits, die Berechtigungsscheine für die FFP2-Masken wurden ja auch noch nicht verschickt. Und wer keine Maske hat, kann sowieso nicht einkaufen gehen. Ach, wenn's nicht so traurig wär. Familien bekommen übrigens auch 150 Euro. Das ist die Hälfte von dem, was es letztes Jahr gab. Das kann jetzt entweder bedeuten, dass deutsche Kinder dieses Jahr einfach wahnsinnig sparsam geworden sind. Oder es bedeutet, dass die Regierung einfach schon viel zu viel Geld in sowieso schon angeschlagene Unternehmen wie TUI oder Lufthansa geballert haben, die sich dann im Zweifel mit Massenentlassungen bedanken. Man weiß es nicht. Und apropos Geld, noch eine Meldung aus Amerika. Jeff Bezos will sich aus der Geschäftsführung von Amazon zurückziehen. Gut, Altersarmut muss man bei ihm jetzt nicht direkt befürchten. Denn 187 Milliarden Privatvermögen, das reicht schon für das ein oder andere Fläschchen Doppelerz. Journalisten haben übrigens ausgerechnet, dass Jeff Bezos theoretisch mit seinem Vermögen jedem seiner Angestellten ein Haus kaufen könnte. Andererseits, was sollen Amazon-Angestellte mit einem Haus? Ich meine, wenn du dir den ganzen Dach für wenig Geld in riesigen Lagerhallen die Füße wund gelaufen hast, dann bist du doch abends froh, wenn in deiner Wohnung die Wege kurz sind. 187 Milliarden Dollar. Wie wird man so reich? Wie verdient ein einziger Mensch so viel Geld? Wie? Oh, Sonderangebote bei Amazon. Da muss ich auch ganz schnell. Bezos will sich ab jetzt übrigens neuen Projekten widmen und unter anderem um seine Weltraumfirma kümmern und auch sonst natürlich Dinge tun, die er sonst noch nie getan hat. Wandern, tanzen, Steuer zahlen. Schönes Wochenende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017